Wir haben eine Osteraktion mit allen bekannten Merch-Motiven, aber dieses Mal auch in Kindergrößen und natürlich mit dem neuen Team Benson Lucky Block Design. Und zu jeder Bestellung gibt es natürlich eine Hans-Igneter-Autogramm-Karte, Link in der Videobeschreibung. Hey, meine Herren Bauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebro. Hallo. Wir müssen die Energie aufladen, indem wir uns eine Million um eine Sekunde in den Gastrin... Wir sind heute nämlich Superhelden. Yay. Up, let's go, Leute. Start. Start ist... Oh. Ach so, ich dachte, das ist ein Portal. Ach so, ich auch. Okay, okay, was gibt es hier? Backpack-Ability, blablabla, Rangliste. Alter, sind die krass. Top-Heroes, 2,8000. Hey, das klingt aber nicht krass eigentlich, ne? Okay, wir gucken mal. Yo, okay, hier laufen Verbrecher und wir haben Superhelden-Fähigkeiten. Einmal den Punch. Haha, wie das aussieht. Und den Kick. Kick. Okay, Kick hat einen... Okay, Kick macht... Weil, macht das beides gleich viel? Okay, Kick macht mehr Schaden, hat aber einen höheren Cooldown. Okay. Jetzt die Frage, was ist effizienter? Okay, wenn man einen Verbrecher fertig... Ebro, Alter, wie das aussieht. Wenn man einen Verbrecher fertig macht, kriegt man Skulls. Okay. Und, okay, man braucht 5000. Ich denke mal, die Skulls kann man dann... Das ist ein Boss, Ebro, ich kämpfe gegen den Criminal-Boss. Boah. Aber die wehren sich ja nicht und das ist ja easy dann. Wie viel habe er denn? Das ist gefährlich, ey. Hm? Ah, 50. Komm, ich helfe dir und dann den letzten Kick kannst du da geben. Ja, man kann aber gar nicht... Ich dachte, man kann den Notaire wechseln schnell. Das geht aber gar nicht, ne? Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, fahr! 50 Skulls, jawohl! Ich habe eigentlich voll verschwendet, war ich eigentlich schon 30. Oh. Naja, passiert, Leute. Okay, nice. Oh, die Coins, die sammeln wir uns noch ein. Nein! Ja, meine! Oh, nochmal Coins. Nice, okay. Wir gehen zurück in das Superhelden-Hauptquartier und lassen dann direkt mal ein Like da. Ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Like abgebt, Leute, wenn ihr mehr Superhelden-Videos in Roblox sehen möchtet. Das wäre sehr, sehr cool, ja. Und wir verkaufen jetzt erstmal die Skulls. Katsching! Oh, ich habe 10.000. Okay, hier kann man Sachen kaufen. Okay, hier ist ein Koffer. Okay. Ah, jetzt gibt es aber auch Backpacks. Also, ah. Okay, Backpacks ist klar. Damit kann man mehr... Warte mal, ich habe mir doch den Unlimited-Backpack geholt. Lass mal... Oh, 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 oh. Der leuchtet so richtig krass, den habe ich mir vorhin angeguckt. Equip. Der ist richtig krass. Oh, Alter, guck mal, mein... Oh, das ist ein Computerkopf hier. Alter. Boah. Das, ey, da kriegt man ja... Das leuchtet ja. Das ist wie die Sonne. Ich habe die Sonne auf dem Rücken. Okay, heftig. Aber es gibt Anzüge noch. Und Ability. Achso, Ability-Upgrades. Okay, das machen wir. Warte mal. Erst mal Koffer. Okay, Koffer gibt dann quasi neue Fähigkeiten. 4.000 können wir uns leisten. Black Widow. Spider-Man. Okay, warte. Ähm, Battle... Nee, Battle machen wir später. Ich bin Spider-Man. Alter, so eine Bauchtasche. Aber wie sieht die denn aus, ey? Die fliegt irgendwie ein bisschen. Und mein Rucksack ist mir nicht breit genug. Okay, Leute, wir sind Spider-Man. Und jetzt haben wir zwei neue Fähigkeiten. Einmal Martial Arts. Okay, lass mal gucken, wie viel Damage das macht. Ein Damage hat das in der Grundversion gemacht. Vier, Alter, übel OP. Und dann ein Distanzangriff, Leute. Lass mal gucken. Okay, es ist doch kein richtiger Distanzangriff. Doch, es ist ein Distanzangriff. Ach, Damage. Boah, ist aber voll schwer zu treffen, Alter. Oh. Ach so, der schießt dahin, wo ich hinziehe. Warte mal. Yeah. Aber es macht nur 8 Damage. Bringt mir natürlich leider nicht so viel. Dann brauche ich trotzdem 2 Hits. Na gut. Wir sparen 5.000. Haben wir ja direkt. Leg mal direkt mal los. Hier, du kriegst die Spider-Shots ab. Oh, der rennt in dem Moment weg. Dann kriegst du die Spider-Shots ab. Zack. Wir holen uns dann einmal den Boss hier. Wir können ja eigentlich... Wartet mal. Wir machen jetzt einen relativ miesen Trick. Wir warten, bis der 8 hat. Und dann klauen wir ihn. Und zack. Oh, gemein. Tut mir leid, Kumpel. Aber so läuft es. Jo, ich bin in einem Gefängnis. Wieso bin ich so schnell? Und wieso liegen die ganzen Coins hier? 106. Was? Alter, man kriegt für 1 Skull irgendwie ein Tausend. Ne, 500 oder so. Krass. Ja, alles klar, Leute, Alter. Black Widow. Ja, könnte ich vom Prinzip her überspringen. Aber ich will mir natürlich alles anschauen. Wir kaufen erstmal Black Widow. Haha, Alter, das ist nice. Okay, let's go. Wir laufen. Ah, wir können uns, glaube ich, teleportieren. Das geht ein bisschen schneller. Dann Prison. Genau, perfekt. Jetzt sind wir im nächsten Gebiet und können uns für 20.000 locker flockig den Friedhof kaufen. Erstmal Fähigkeiten, Leute. Das haben wir hier. Ah, das ist wieder Nahkampf. Und der Nahkampf macht 25. Das skadiert ja übel heftig. Und Pistol. Macht auch 20. Okay. Pistol schießt also ein bisschen schneller, als Martial Arts macht. Ah, ne, ist gleich schnell. Aber er darf für einen Distanzangriff halt. Na gut. Wir kaufen uns das nächste Gebiet. Geister, Alter. Oh, 2500 Coins kann man hier einsammeln. Wie heftig das abgeht direkt. Das Laseraugen. 125 Damage. Ja. Ja gut, ich müsste auch noch treffen. Das wäre dann natürlich... Hallo, jetzt... Supermann. Danke. So, und Super Punch. Der macht auch 125. Der hat aber irgendwie auch eine große Range. Kann das sein? Ne, doch nicht. Und... Und... Ja, nice. Das Laseraugen ist Distanz, denke ich mal. Oh, das ist krass. Aber es ist schwer, die zu treffen. Deswegen weiß ich auch, warum die jetzt hin und her rennen. Alter. Jo, Kriegsgebiet jetzt hier. Sieht aber gefährlich aus. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Platz ist für Superman. Aber gut. Let's go. 600.000 kostet das Gebiet. Mann, ich... Hallo, ich bin Superman. Ich kann jetzt hier nicht zwischen Holzbrettern klemmen. Aber wie viel AP die haben? 1250. Da wird es mal definitiv Zeit für den neuen Superhelden, Leute. Wir machen den einen Soldier hier fertig. K.O. K.O. gehauen. Verkaufen die Bude. Und schauen, ob wir uns den neuen Superhelden leisten können. Nach Superman kommt... Captain America. Alter, ich habe so einen Schildangriff. Also, naja, was ist das Schildangriff? Er schlägt einfach mit seinem Schild zu. Irgendwie sieht das ziemlich billowmäßig aus. Ist das wirklich eine Attacke von Captain America? Ich weiß es nicht. Okay, und wir können das Schild auch schmeißen. Was ist denn hier, Kollege? Wow, das... Okay, die Attacke ist krass. Aber sie ist auch schwer zu treffen, Leute, wie ihr seht. Aber die ist heftig. Jetzt den Boss. Nimm diese Frisbee-Scheiben. 6000 AP Soldier, Boss. Haben wir. Denk ja, den sound so geil, wenn der mit seinem Schild zuschlägt. Das ist so, wie der mit so einer Bratfahne zuschlägt. Blub, blub, blub. Ha. Okay, wie viel kostet das nächste Gebiet, Leute? 600k, Alter. Jetzt wird's interessant. Durch die Double Boss Kills hab ich jetzt 22.500 Skals. Okay. Und 23.000 und jetzt 25.000. 30.000! Lust, das war ein Boss Skal da nochmal. Egal. Äh, nee, ich will jetzt noch kein Battle, Mensch. Wir verkaufen. 30.000 Skals geben. Sechs Millionen. Was? Okay, damit ist es bewiesen. Je heftiger der Superheld ist, desto mehr bekommt man beim Verkaufen. Und Ebu hat den taktischen Fehler gemacht. Man. Der hat die Zone gekauft als einen besseren Superhelden. Das ist mega der Fehler. Kauft euch sofort Superhelden. Das ist viel wichtiger als die Zone. Alter Schwede. Okay. Hm, was haben wir jetzt? Iron Man ist der nächste. Für eine Million. Also einen Schnapper. Kaufen wir uns. Jo, der sieht schon. Mann, die sind aber auch cool gemacht, Alter. Ich feier das. Nice. Okay. Wir teleportieren uns zur Warzone. Da sind wir ja aktuell. Wir können jetzt direkt auch die neue Zone kaufen. Testen aber erstmal die Waffen. Die Fähigkeiten. Die Fallen Rockets. Alter. Der schießt echt eine Rakete. Hat die Flächenschaden? Na, schade. Das wäre nämlich geil gewesen. Hätte man nicht so sauber zielen müssen, Leute. Okay. Und dann hat er noch den Chest Beam. Au. Was? Wie viel Damage macht denn der? Wartet mal. So, wir haben einmal geschossen. Wir gucken. Jo, ja, alles klar, Alter. 2500 oder was das war. Ey. Bleiben Sie stehen. Oh, man kann auch relativ schnell schießen. Ist ja krass. So, wir haben die in das nächste Gebiet gekauft. Ehrlich gesagt habe ich das gerade aus Versehen gekauft. Aber passt schon. Also, was sind wir denn jetzt hier? Wie heißt denn das Ding? Ah, Wolkenkratzer. Na gut. Iron Man haben wir. Batman, Alter. Okay, Anzug Power. Da kommen noch einige danach. Okay. Wir haben Batman. Let's go. Ah, das sieht schon... Ja, irgendwie sieht es cool aus. Also, der Umhang sieht übel cool aus. Aber... Was habe ich denn hier für einen Körper? Ich bin nackt. Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeuten soll, Leute. So, wir haben Speed. Attacken. Martial Arts. Ja, alles klar. 5000 für Nahkampf. Bam. Bam. Und wir haben noch... Ah, das ist irgendwie Batman Shoe Weakness. 5000 Distanz. Ja, feierlich. Ist basic, aber ist gut. Und jetzt habe ich auch meinen Anzug bekommen. Hat nur gedauert. Mega nice. Das sieht geil aus. Okay. Nice. Äh, nee. Wir kaufen uns das böse Labor mit den... Oh Gott, Alter. Die jetzt schaffen Zombies oder so. Nimm das. Bam. Bam. Ist das der Boss? Das ist direkt der Boss. Easy für Batman. Gar kein Problem. Jetzt sind wir Thor. Und wir haben hier einmal den Thor Summer. Alter, der macht 25.000 Schaden. Was? So viel? Bam. Wie sich das anhört. Man hat wie eine Bratpfanne. Okay. Und den Blitzhandel. Okay, das ist schwer zu aimen. Auch 25.000. Da bebt auf jeden Fall der ganze Boden. Crazy, ey. Zack. 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 So. Wir haben genug. Nee, wir haben nicht genug für das... Oh, Alter, das ist teuer, das letzte Schiff. 12 Millionen. Bam. Bam. Okay. Da sammle ich erstmal... Ich kenne mal den Boss hier, Leute. Und den, der daneben steht. Und dann... Oh ja, ich mache den Boss 2-Hit. Alles klar. Thor ist absolut overpowered. 45 Millionen. Kann ich mir eigentlich direkt noch einen neuen Champ kaufen. Wartet mal, was haben wir hier? Hä, bin ich durch? Warte mal. Ach nee. Iron Man, Batman, Thor. Hulk. Kann ich mir tatsächlich nicht leisten, Evo. Was? Dachte nicht, dass das mal passiert, aber... Es ist so gekommen, Leute. Wir gehen aber dennoch ins letzte Gebiet. Und dann verdienen wir uns noch die Superhelden. Hulk Punch. 100.000 hat er gerade gemacht. Okay. Ha. Hulk Smash. Ah. Oh, das ist cool. Er war irgendwie schwächer, weil er braucht länger und macht aber genau gleich den Charme. Na gut. 75 Millionen für ein Flugzeug. Das haben wir doch in der Portokasse, Leute. Kaufen wir direkt. Aber vorher machen wir den Boss noch. Der sollte ja jetzt mit Heil kein Problem mehr sein. Du PvP-Champ. Warte mal ab, bis ich mitmache. Dann können wir sehen, wer der PvP-Champ ist. Ja, hallo, Boss. Jetzt gib mir doch bitte hier die... Danke. Zack. Und kaufen wir uns. Oh, wir sind im Flugzeug. Und zack. 500.000 Skulls. Alter. Ich kriege 5 Millionen Coins mit diesen Items, die hier oben liegen. Ha. Also, wie viel der Boss gibt. Komm, Boss. Hier. Ach, das ist ein Riesenstühle. Jetzt traf ich das erst. Was ist da hinten, Leute? Seht ihr das? Candyland. 250 Millionen. Boah, die hält viel aus, ey, dieser Boss. Ich werde jetzt gleich so viel Kohle machen, Evo. Wie viel Skulls? 2,5 Millionen. Okay, pass auf. Guck auf mein Geld. Ach so, das wird ja verbuggt angezeigt. Oh, egal. Also, ich habe 195 Millionen. Und jetzt? Okay. Oh, eine Milliarde. Hä? Alter. Okay, Dennis kommt jetzt. Oh, nee, der kostet Kohle. Und Thanos auch. Ich bin durch, Evo. Ich habe den Besten. Heike ist schon der Stärkste. Die anderen kosten. Ja, Alter, Thanos kostet erst mal 50 Euro. Candyland. Candymonster. Eine-Million-Skulls. Ha! Zack, zack, zack. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt noch ganz schnell durch die letzten Gebiete. Das sollte ja kein Problem sein. 500 Millionen, Leute. Ich kille noch den einen Boss. Dann sollten wir das auch direkt haben. Komm, 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 komm. Wie viel sind das? 5 Millionen HP oder so? Ja, easy. Ich mache aber auch 340.000 pro Hit, muss man fairerweise sagen. Apokalypse, das Vorletzte. Ah, das ist einfach eine Zombie-Invasion. Okay, der Zombie-Boss hält abnormal viel aus. Ich glaube, das sind 2 Milliarden oder so. Oder 20 Millionen oder 200 Millionen. Ich habe keine Ahnung. Wie viel kostet das letzte Gebiet da, Leute? Das kostet Coins? Hä? Für 28 Coins. Hä? Aber das ist ja übel billig, oder nicht? Hä? Ach nee, 2 Billionen. Das ist keine 8. Ja gut, so kann man das ein B. Gekauft. Ah, wir sind in der letzten Dimension. Coming soon, hier geht es gegen Aliens. Okay. Ob wir den letzten plätten können hier? Okay, der hält übel viel aus. Dann müssen wir auf jeden Fall meine Fähigkeiten mal upgraden. Ah, jetzt können wir PvP eigentlich machen, ne? Komm auch. Ja, bin drin. Let's go. Oh, der greift nicht an, der eine. One hit. Oh, der Ebu. One hit. Oh nein, der schießt seine Dinger Frisbees, Leute. Wir müssen ausweichen. Was meinst du? Würde er einen Schlag aushalten? Bleib stehen, Captain America. Hier kommt Hayek. Hayek ist der Krasseste. Und bam. Jetzt kriege ich Double Points, ne? Lass mal schätzen. Ich kriege jetzt auch den Boost. Lass mal schätzen. Ich kriege jetzt den Boost nochmal mal zwei. Wie viel Kohle, also ich habe jetzt 544 Millionen. Wie viel Kohle werde ich am Ende haben, wenn ich den Boss hier geplättet habe? Den finalen Endboss. Ähm, ich sage 5 Billionen. Ich sage mehr. Ich sage, ich sage 5, 10. Okay. 5, 10. Ich kriege ja, ne, mehr. Ich glaube, ich sage 20. Oh. Ich sage 20. Okay, pass auf. Ich verkaufe. Sell. Ja, 40. Haha. Was? Hä? Ja, sehr krass, Alter. Haha. Jawohl, jawohl, Leute. GG. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Äh, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr das krass fandet. Und ich denke mal, das wird auch sehr schnell gepatcht. Weil das hat irgendwas, hat ihr nicht hingehauen, Leute. Äh, abonniert meinen Kanal kosten. Das werde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen, ne? Haut rein, euer Benson. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.